ein bisschen laut noch das spiel habe ich das gefühl ja das hätte ich vielleicht noch anpassen sollen wir drehen erstmal hier ein bisschen leiser für euch ja ich kann es nicht leiser drehen für mich aber ich kann euch ein bisschen leiser drehen ob er es zumindest so wir sehen uns in hogwarts letztes legacy alter man dort englisch sehe ich so scheiße vergesst einfach wir freuen uns in den mitteln zu können dass die in der hogwarts schule für hexerei und zauberer im fünften jahr aufgenommen wurden das schuljahr beginnt am ersten september september die ersten material wurden für sie abgeholt und werden sie auf ihrer reise zum schloss begleiten wie sie vielleicht wissen verbietet der erlass zur vernunft gemäßen beschränkung der zauberei minderjährige die anbildung von magie durch person unter 17 jahren außerhalb der schule aufgrund ihrer besonderen umstände hat das ministerium jedoch cool und teilweise zuschimpft das professor lesser fickt ihnen dabei hilft ihre zauberkunst zu verbessern bevor sie zu london vorerst sie von london zum schloss begleitet wo sie im fest mal und der einführungsfeier teilnehmen werden stellvertretende schulleiterin schauen wir uns das spiel mal an ich hoffe ich brauche jetzt nichts charakter erstellung ist die frage spiele männlich oder weiblich also ist das mal gekonnt die brille schauen scheiße ausfahrt erst mal gekonnt ok die brillen schauen scheiße aus Was für H-Fahren gibt es? Gibt es abgespacede oder gar keine? Das ist mir zu rötlich. Ah, ich komme auf die falsche Taste. Bisschen bleich. Aber ich nehme halt wirklich die komplett rosa Nen. Ich bin eigentlich sehr fan von diesen komplett rosa Nen-Haren. Kann ich da auch ein bisschen rauszoomen? Nein, geht nicht. Okay. So, blühen wir mal die Frisuren durch. Okay, das hat auch was. Obwohl ich kein Fan bin von den Runden an. Okay, schaut scheiße aus. Schauen, ob es überhaupt irgendwas gibt, was mir sehr gefallen würde. Das sind alle recht kurz im Vergleich, kommt es mir vor. Da kann ich auch nicht die... Äh, welche war das? Nein, das war nicht die. Nein, auch nicht die. Ich bin zu blöd. Nehmen wir die, die gefällt mir eigentlich optisch. Sehr, sehr gut. Einen Abend bin ich gar keinen. Sommerspross noch weg. Cool, das war doch nicht. Bisschen heller. Ja. Augenfarbe. Augenbraunfarbe. Da bin ich eigentlich jetzt keine abgespaced. Mal. Bisschen heller. Ich glaube, ich bin ein paar Jahre alt, ich bin ein paar Jahre alt. Horst. I'm sorry, wir haben vielleicht noch ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Machen wir es so leicht. Stopp. Es war wunderbar. Das war gar nicht schlecht. Es war wunderbar. Das war gar nicht schlecht. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts beunruhigendes. Okay. Stopp. Alice. Ich habe halt keine Ahnung, wie weit das jetzt einen Einfluss hat, ob ich jetzt Hexe oder Zauberer spiele. Damit habe ich mich nicht befasst. Ich wusste, dass es die Wahl gibt. Ich habe mir kurz den Charaktereditor angeschaut und das mit den Häuser zu Wahl. Welche Häuser man bekommt. Das Einzige, was ich mir so ein bisschen angeschaut habe zu diesem Spiel. Und ja, mehr habe ich noch gar nicht reingeschaut. Deswegen Hexe oder Zauberer. Komm, spiel mir einfach mal als Hexe. Und ich hoffe, ich komme bald in die Optionen rein, dass ich das Spiel leiser machen kann. Das ist etwas laut für mich. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unseren neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fick. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen vor der Schule. Eliazar, George. Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Tatebesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Lieber nicht hier, Eliazar. Hm? Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nicht, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Ich will in die Optionen rein und zwar schnell. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Gut, dich noch vor, der Schottlandreise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der fünften Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen fünf Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit vier Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Figg ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Runrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen... ...wass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Runrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol... Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bad. Wie haben Sie... Halt! Wir müssen nicht was. Festhalten! Nein! Nein! Der Schlüssel! Ihre Hand schnell! Alles in Ordnung? Sie sind verletzt? Nur ein bisschen. Nehmen Sie, dieser Mega-Power-Tank. Bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Oh, ist das denn jetzt? Mega-Power-Tank? Was ist passiert? Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir. Falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber... bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Jetzt lernen wir die Steuerung kennen. Okay. Also wir brauchen unbedingt einen anderen Mantel. Das schaut scheiße aus. Äh... Wie weit hat uns der Portschlüssel geführt? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen? Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Aber natürlich, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen. Wie verblasst er auch sein mag. Schön aufpassen. Woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschten. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet. Und? Ist ein Haupt auch diese alten Magie? Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders, als sie jeder andere macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Hä? Ich gebe auf in dem Basiszauber zu wirken. Mach ich doch. Komme ich in die Option? Ja, ich komme in die Option mal rein. Runter drehen. Wie viel zu laut. Ich muss die Kümmer gern ein bisschen. Dialoge kann man ruhig lauter lassen. Ah, jetzt können wir euch wieder ein bisschen lauter drehen, das Ganze. Ich kann es nicht schlecht abschätzen, wie viel ich runter drehen muss. Okay, wir müssen noch ein bisschen weiter runter mit den Sounds. Für mich sind die echt noch sehr laut. Dann lassen wir die Dialoge jetzt erstmal auf 35 stehen. Mal schauen, ob das so passt. Ja, er schaut schon besser aus. Viel viel besser für mich. Das war etwas holpriger als erwartet. Oh, ich kann es sogar zerstören. Cool. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Ah, da oben. Nicht mehr weit. Gleich davon. Nein. Bleiben Sie ruhig. Reparung. Hm. Fast geschafft. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Pass. Fortschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Professor, es ist so eine Art Wandbild. Hm. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Hm. Okay. Professor, die Statue. Vielleicht war dies ein Zuhause. Dann laufen wir einfach mal weiter. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er nur blockieren? Was ist das? Professor Weg! Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder das Leuchten. Wie auf dem Portschlüsselbehälter. Was ist Merlins Namen? Mein Gott, Ricks Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Das geht jetzt so zu tun. Das ist kein Zitat. Also wir haben hier nicht zu tun in der Zeit. Hallo! Hallo? Ach doch, richtig gehört, da geschnarcht jemand. Unmöglich! Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Hm? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Okay, interessant eigentlich. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am Neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten. Ein gutes Stück liegt noch vor uns. Okay. Also das ist so Gringotts wie es noch früher war. Also. Verlies Nummer. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Der schaut sehr begeistert aus. Achso, die Wache hat jetzt nicht glücklich drüber ausgeschaut. Aber erstaunlich, dass Gringotts schon so jahrelang alt ist. Professor, das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Bordschlüsselbehälter? Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Hm, Grafisch hat es noch über ein paar kleine Macken, kommt es mir vor. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12, bis zum heutigen Tag. Wir hatten tatsächlich den Schlüssel für 12. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Professor Fick. Fitch. Was meinen Sie, wonach wir suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg. Was? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken, hier muss doch irgendetwas sein. Hm, Reveglio vielleicht. Reveglio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. What the fuck ist das euer Ernst? What the fuck ist das euer Ernst? Oh, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Doch, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Boah. Boah. Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie, unseren Weg heraus verdienen? Glauben Sie, das ist eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Ich sehe da vorne etwas. Was ist das? Revely. Das Leuchten wieder. Aber auf dem Boden. Blumos. Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, mir geht's gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Revely. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Stopp, nicht drehen. Lumos. Okay, das ist sehr interessant. Lumos. Sehr gut. Und jetzt dreht sich das Spiegelbild zu mir. Es folgt wirklich dem Licht. Oh oh. So. Ähm. 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 Was ist das jetzt? Jenseits. Wuhh. Photigo. läppli o so der pulso der cold schon darum. Oh. Nervie. indeed. Anfraenco Expulso De Centro Anfraenco Lempioso Okay Okay Alter, also Kampfmechanik hat das Spiel auf jeden Fall Anfraenco Anfraenco Expulso Lempioso Anfraenco Anfraenco Ähm Professor 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 Feig Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut Wohin soll ich nur gehen? Was ist hier los? Was ist hier los? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen Ah, dorthin führen sie mich Das Leuchten wieder Schon wieder? Okay Ich bin wohl auf mich allein gestellt Und was ist hier los? Was ist das Ali? Wie ist das? Ich bin erst mit Anfraenco Wie ist das bei Lew Spiegelbilder schieben. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg hier herauskämpfen müssen. So, okay. Also die Kampfmechanik ist schon sehr geil eigentlich. Ich habe noch ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen laut, aber die Kampfmechanik ist richtig geil. Wow, könnt ihr vielleicht nicht mich gleich umzingeln, Leute? Oh, Mist. Okay, das ging leider nicht mit die Rose. Oh. Also so sehr, wie ich das Kampfsystem auch mag. So. Wenn du echt wirklich von mehreren Seiten angegriffen hast, ist es dezent ekelhaft. No, Moss. Oh. 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 Ähm, wir haben irgendwas gefunden. Das sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Ich habe das gefunden, schwebend über den Ecken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerungen zu sehen. Mal sehen. Kopf runter. Das kennen wir doch aus den Filmen. Alles ist bereit. Und der Portschnüssen? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist? Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, dass andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten, das hier umgeht. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nie. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und Sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem, wir... Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Wrenrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gib mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verlies-Schlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das... das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt. Und Sie hatten keinen... Hm. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun... Wo waren wir? Ich gebe Ihnen da nichts. Hm. Tja. Vielleicht ist ja die junge Dame hier hilfsbereiter. Das ist ein Portalwächter. Ich nenne den jetzt einfach mal so. Wie ist das? Wie ist das? Das ist ein Portalwächter. Du bist Herzen. Ich habe keine Geduld, warum bin ich nicht? Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobalt. Meine Magie scheint Ihnen gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu, wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Das heißt, wir sind im Wald von Hogwarts. Oh, da ist noch kurz Expressen, das gab es damals schon. Ui. Er hat ein bisschen billig gemacht, designt ausgeschaut, habe ich das Gefühl. Aber ich würde auch sagen, wir beenden dann, wenn wir schön die Folge haben. Wir beenden hier die erste Folge und wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao, ciao Leute!